3G hier gebrauche ich, äh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8, ah ja gut 9 Also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Das ist jetzt für, was ist, ja was machen wir hier rein? Ich weiß sowieso noch mehr Brauch mehr, ich komm da nicht rein, aha Warte mal, ich mach ne Abkürzung Dauert zwar ein bisschen länger, aber so Lass mich hier direkt weg Dann sind die eigentlich immer alle vorm Tor So Äh ja, wir brauchen jetzt noch Ein paar So, ich glaub das reicht erstmal 14 Und schon wieder 3, okay 20 Ich glaub jetzt, ne geht ja nicht Ich muss da vielleicht mal wieder was essen Also, die brauchen Kühe und Schafe Äh, Kühe und Schweine Kühe und Schafe Warum sag ich das eigentlich immer? Ach ja, wir brauchen ja auch noch mehr Mist Okay, dann müssen wir hier mal ein bisschen mehr Platz schaffen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Das geht jetzt auch noch weg Ein bisschen, dass es ein bisschen besser ist Ich müsste eigentlich jetzt noch eins weiter Damit es besser aussieht dann So So, jetzt sieht's besser aus Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Ja Gut Können wir erstmal das erste Gehege hier voll machen Mit irgendwas, was wir finden Dann müsste ich aber nochmal Äh, Weizen holen Schneller Jetzt muss ich aber was essen Ja, komm Apfel Das hört sich aber komisch an Oder? Hört sich doch komisch an Äh, Weizen ist oben Da Das müsste Reichen So Wo ist die Sonne? Okay, das geht So, dann Holen wir uns mal irgendwas Hier sind irgendwo Spinnen Äh, hier unten ist ja auch der Minenschacht Also Ich weiß ja nicht, wie tief der weg ist Äh, das mach ich ja eigentlich Ich weiß es nicht So, also gehen wir mal nach da hinten Da wollte ich ja sowieso mal hinlaufen Ach, da sind ja schon Kühe Ach, jetzt darf ich nicht in den Alter Kühe haben wir schon mal Kühe Sind hier Da ist ja noch mehr Zuckerrohr Können wir das auch mal mitnehmen Eine rote Rose Die sieht man fast gar nicht Zuckerrohr Ist aber nicht groß Also hier Eins, zwei, drei Ich hab schon gedacht, das wären mehr Ähm Zuckerrohr Für Bücher Wie viele Bücher brauchen wir eigentlich? 22 glaube ich War alles Öl hat Öl Komisch Das Wasser verstehe ich auch nicht Öl Ist aber für ihr jetzt Weil das wird irgendwie Manchmal heller So Öl Nehmen wir mal mit Das sieht auch komisch aus hier Kühn Ah, da ist ja noch Zuckerrohr Wie viele haben wir da jetzt? 18 Ähm Da ist noch mehr Auch sehr viele Kühe So Dann holen wir uns dann gleich mal die Kühe Eigentlich eine Kühe nur für Milch, oder? Ich würde am liebsten so eine Wie heißen die? Mushroom Kuh Oder nur Mushroom Ich weiß nicht, ich kann die nicht aussprechen Das Ist halt ein bisschen Halt diese Pilzkühe Die sind da hinten noch so? Ah Hab ich gar nicht gesehen Kürbisse Kürbisse Können wir mal alle mitnehmen Auch wenn wir sie nie brauchen Naja, einen Für Enderman Aber auch Sonst Für nichts Ich setze jetzt mal einen auf Höhö Hallo Das sieht jetzt nicht so aus wie ein Kürbis Weil ich finde das So ist fürs Let's Play besser Also Ja du Weil hier sieht man das Da ist halt hier so ein Ja Was willst du? Ha? Komm mit Ja okay Wir nehmen nur die da vorne Zwei Stück reichen Dann Reicht es Hier ist noch ein Wald Hier Nehmen wir einfach mal hier Von hier ab Hier mit Nehmen wir auch mal die Blumen Wahnsinn hier viele rote Blumen So Komm mal mit Hauptsache es sind zwei Die mitkommen Naja das sind vier Ist gut Das ist gut Boah Nehmen wir es Komm Äh Ja gut Was ist mit der Kuh Jetzt Aber hier hat sich doch jetzt die Farbe Geändert Wo steht es denn Forest Plains Wo ist da jetzt der Wald Hm Komisch Ne ist egal Dass nur ein Schaf mitkommt Äh so Dann mach ich jetzt einfach mal Nein Äh ja 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 Ist gut ist gut So Komm mit rein Ähm Kommt ihr jetzt Und du auch noch Hallo Kuh Kommst du Geh nicht mehr raus Rein So Jetzt brauche ich das Muss ich nicht mehr raus Komm So Und jetzt gibt es das Und das Ähm Das Und das Rot Na So jetzt muss ich hier wieder raus Es ist dunkel Naja Ich hab schon gedacht Da wär was Ist aber schön eintönig hier Das ist Gefällt mir noch nicht so Ja Hund Gefällt mir noch nicht Das Dach Was Da waren Wann 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 Ich hab wirklich Da waren So ein Skelett Reiter Hab ich grad gesehen Wo es kommen Zeigen Ich esse was Und dann geh ich mal raus Wenn es nicht verschwindet Auch zum ersten Mal hier Das überleben wir schon Das überleben wir schon Das überleben wir schon Warte Da ist er doch Da ist er Gut Das war Das war Das geht Ich jetzt schon mal Das an Nee Nee Das Das Nee Wie geht das So geht das Mist So und dann war das So wie Bücher Acht Bücher Und da können wir gerade mal So viele Bücherregale draus machen Super Ach ne Nur ich muss ja zwei Laden Ach Zu viel Zu viel Aber jetzt Soll ich mich wirklich hier stehen lassen Naja Erstmal Jetzt sieht man ja Hier ist jetzt so eine Linie Ach ja Und jetzt liegen noch die Buchstaben dahinter Aber jetzt hier ist so eine Linie Wenn ich jetzt hinsetze Connected Texturen Ha Finde ich so schön Dass das jetzt mal funktioniert Äh Ja Hm Ins Bett wollten wir ja gerade Bett Hm Okay Dann muss ich auch noch Fackeln hinstellen Damit es da hell ist Damit er nichts spawnt Ach ja das Dach Ja das Dach Müssen wir auch schon wieder Holz fahren Ich würde aber auch gerne mal fürs Dach Andere Farben benutzen Also jetzt andere Holzfarben So dunkles Holz Fürs Dach oder Nee dunkles Holz ist doch ganz schön Weil das wäre genauso wie dieses Holz Nur ein bisschen dunkler Äh ich wollte dahin Und dann müssen wir erst mal in einem Wie heißt es Schneebinom Also da wo die Schneeholz Also da wo die Schneeholz Äh der Birke glaubt Nee nicht Birke Birke ist ja der Hellholz Wo die Wie heißen die Äh Ich weiß nicht wie sie heißen Ich weiß gerade wirklich nicht wie es heißt Nee ich komm gerade nicht drauf Wie heißt der Holz Ja es ist dunkle Holz Hm Ach man Endermann Weil die Scham Jetzt ist er weg Mist Komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Komm wieder her Mann der ist in die Richtung Alter Ist er jetzt? Äh Ach jetzt ist er weg Mist Aber das hier sind Was sind das eigentlich für Bäume? Eichenbäume würde ich sagen Eichen Dann das da hinten ist Birke Also das Hellholz da Das ist Birke Dschungelbäume sind Dschungelbäume Ich weiß auch nicht wie die heißen Und die dunkle Holz Ach wie heißen die Mann Äh Egal Ich wollte eigentlich jetzt Das nächste Gehege fertig bauen Ja da brauchen wir sowieso Holz Also Holz Ist das ein großer? Ja natürlich Aber das ist auch jetzt Dschungelbäume Dieёлr Auch Ach Dschungelbäume Ich wollte es Dschungelbäume Dschungelbäume Lieber Dschungelbäume Dschungelbäume Zschungelbäume Untertitelung des ZDF, 2020